So da, was geht Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Runde im Waffenspiel. Ja, let's do this. Mal wieder auf Stand-Off. Mal wieder die erste Runde, die ich seit zwei Tagen gespielt habe. Ich weiß nicht, ich spiele zur Zeit fast nichts, was Black Ops 2 betrifft, weil es einfach... keine Ahnung. Wenn man so viel gespielt hat wie ich, dann ist es einfach... Ich weiß nicht, ich spiele ein bisschen Black Ops 2, ich habe eigentlich eh keinen Bock, aber... Wir könnten es ja mal machen. Ist ganz gut hier der Anfang. Meine Kontrolle ist irgendwie verklebt, das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Äh, 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 fuck. Oh Gott, und ich erkläre es jetzt zum letzten Mal, weil ich mir überhaupt keinen Bock mehr habe, dass ich darüber rede. Ähm, das Gameplay ist immer aus dem Kino-Modus, weil ich nicht live aufnehmen kann. Deswegen muss ich darauf beten, dass der Kino-Modus das Gameplay aufnimmt und dann kann ich im Nachhinein aus dem Kino-Modus das Gameplay rausholen. So schaut es aus. Und ich will es nicht immer tausendmal erklären müssen. Okay. Dann habe ich jetzt alle Fragen dazu beantwortet, weil es ist irgendwie jedes letzte Video da drüber... Daraus entstanden, dass ich einfach darüber geredet habe und dass irgendwie dann irgendwelche komischen Fragen aufgekommen sind. Ich lade das Spiel hier übrigens hoch, egal wie es ausgeht. So mache ich das bei Waffenspielen und wie scheiße es auch rausgeht. Ich lade es hoch. Meistens habe ich eh ein ziemliches Glück gehabt und es ist ziemlich gut ausgegangen. Aber ich spiele hier, wie gesagt, nicht 10 Millionen Runden und nehme dann die beste raus. Ich spiele hier genau eine Runde und wenn die scheiße ist, dann ist sie scheiße. Um hier mal die Realness zu wahren. Alter, meine Kontrolle ist echt ziemlich verklebt. Da hätte ich vielleicht mal ein bisschen putzen sollen davor. Irgendwer redet hier, aber ich habe hier keinen Ingame-Sound an, deswegen stört es mich nicht weniger. Ähm, da hinten ist wer... Alter, der Kontrolle ist scheiße verklebt. Wow! Fuck! Zurzeit probiere ich ein bisschen besser zu werden in PC-Online-Shootern, sprich Counter-Strike GO und Call of Duty 2 und was weiß ich was. So ein bisschen das... Man... Nicht immer nur Xbox spielen und ich will das Zeug natürlich auch aufnehmen, aber ich habe es ja schon beim letzten Kommentar gesagt. Ich will auch zurzeit kein Call of Duty 2 Video machen. Ich meine bei Black Ops 2 ist das relativ wurscht, ob der Ingame-Sound fehlt, weil man das alles sowieso schon 100 Mal gehört hat. Aber... Es war ja Bullshit. Was haben wir denn eigentlich? Ah, eine Viererleitung. Angeblich, okay. Sehr schön. Aber... Ah, fuck you. Aber es ist halt bei Spielen, die ich noch nie wirklich so hochgeladen habe und die man uns... Komm, fick dich doch, du verdammter Pisser, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße? Der rennt hier rum und messert alle, oder was? Ich bin ja hier wieder bei der Waffe. Oh Gott! Und deswegen, ja... Warte da erst auf Windows 7. Ich sage zwar öfters, wenn du es willst, damit meine ich aber Windows 7, weil ich nämlich einfach nicht reden kann und du, verdammter Wichser, messest mich nicht wieder. Oder vielleicht doch. Mal schauen, überlegen wir es uns nochmal, oder? Du bist der Profi-Sniper, das hat man sofort gemerkt. Scheiße, komm her. Was sind denn alle? Mein Controller klebt wie Sau und wir verlieren ja hoch, hoch, stirb. Das hat ja verdammt Scheißen lang dauert. Das ist ne Katatrophe, die Runde, hier. Wo sind die Gegner? Komm her, du Bitch. Der will mich wieder messen. Ja, der kommt mir entgegen. Komm, ich will messen. Was ist los in dir? Ich will einfach nur die Scheiß-Runde spielen. Fickt euch! Irgendwas bei der vorletzten Waffe, ich werde wieder wecken ab von der Seite. Die Runde ist die volle Scheiße und ich land's trotzdem hoch. Und trotzdem dritter geworden. Nice. Ich hab's euch gesagt, ich lad die Runden hoch, egal wie die ausgehen. Sobald's der Kino-Modus aufgenommen hat, werden die hochgeladen. Ich mach da nicht 100 Millionen Runden und schau dann, was das Beste ist. Ich werde heute vielleicht noch ein bisschen was anderes hochladen. An meinem Zweitkanal ist Counter-Strike GO. Um ne Runde, falls ihr die sehen wollt, in der Beschreibung drin ist irgendwo Zweitkanal. Und sonst werde ich mir heute noch was überlegen, was ich noch hochladen kann heute. Macht's gut!